ein schönen guten tag hier ist mal wieder Nessi zockt ja mal endlich mal einen neuen lkw ein mercedes juhu genau so aber ich sehe was okay und nach Quartfall egal gut dann wollen wir mal eine neue fracht genau der will schon losfahren ich weiß ich weiß ich weiß ich weiß ich danke mal ein aber ist noch so früh es ist einer der will gleich wieder losfahren gut wollen meine neue fracht gut also wie ihr gesehen habt ich habe einen trailer jetzt rennen wir sind in dortmund ja ich überlege wann wir jetzt wirklich mal nach frankreich mal fahren tun mal gucken wie lange brauen tun ich weiß es nicht was ist das denn medizinische auf rückungs ja ja fünf tonn mit sich geräte so brauchen die bestimmt unbedingt wieder mal machen wir doch mal gut denn machen wir das mal gut okay gut dann fahren wir mal nach frankreich mal wieder wir waren lange nicht mal in frankreich in dortmund ist ja ganz schön was los hier oh ja in dortmund ist ganz schön mängel daraus heute gut denn machen wir das mal und mal sehen wie wir lange das tun 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 tut ja ja wie immer wie immer ja und seid ihr gut reingerutscht in 2022 ich bin sehr gut reingerutscht wir haben wir sehr ruhig gemacht irgendwie ist der lkw zu laut na ja bei der aufnahme her Mache ich das schon. Huh! Nicht so schnell. Ja, ja. Gut, heute fahren wir nach Frankreich. Richtig nach Süden. Da wird es richtig warm. Jawohl. So, weiter geht's. Medizinische Sachen müssen wir heute abdämmen. So, dann holen wir mal die Fracht. Gut, machen wir das. Nicht zehrend. Nicht zehrend. Jo, da ist ja. Genau. So, wir haben mal das Fenster aufmachen. Gut. Äh, man sieht nix. Toll. Süße, kannst du mal aussteigen. Ich seh nix. So, wenn jemand sehen tut, wie ich hier reagieren tue, der wird auch sagen, ey, so muss ich das ist doch nicht reagiert. Aber ganz schön schwierig manchmal. Gut. Okay, denn... Lachen wir mal die Sachen mal ein. Hat doch ganz schön lange Hedermatt. Gut. Ab nach Frankreich. What war das denn? Das hat sich nicht gut angehört. Das hat sich nicht gut angehört. Überhaupt nicht. Ach, das war die Schwelle. Gut. 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 Töhrschen. Was ist das? Ach so, ich habe das Fenster auf. Das Fenster ist ganz schön laut hier. Ja, es ist heute richtig laut hier. So, dann fahren wir mal los. Das Ding machen wir mal auch im Haus. Warum nicht, wie Kapia. Okay, wir haben jetzt 50 Kilometer auf der Autobahn und dann geht es weiter. Da ist hier schon. Das wird nicht diesmal eine lange, lange Fahrt. Ich schätze mal, wenn wir jetzt zwei Teile. Mal gucken. Du, die geben wir mal Gas. Ich fahre ja lange nicht mehr in Frankreich. Ja, ich muss rüber. Mein Gott, ist hier was los. So, dann fahren wir mal. Was ist denn jetzt los hier? Irgendwas stimmt hier nicht weit. Ich weiß nicht, was da eben irgendwo los war. Das Spiel hat irgendwie Ärger gemacht. Aber jetzt geht's. Gut. Wollte bestimmt... Upsala. Einen LKW vortäuschen. Aber egal. Wir haben's eigentlich geschafft. Nee, wie war euer Weihnachten? Wollte ich jetzt mal fragen. Ich hoffe, das war gut für euch. Und ja. Es sollte ja letzten Freitag, aber da war ja Silvester. Und da habe ich keine Lust, die ihr habt aufzunehmen. Nö. Nee, da habe ich wirklich keinen Bock gehabt. Aber irgendwie ist der LKW zu laut. Egal. Vor allem, ja. Bein aufnehmen oder Bein abspielen. Naja. Reduzier ich mal. So, das haben wir jetzt auch geschafft. So, ich wollte nur sagen. Was wollte ich eigentlich sagen? Ich weiß es jetzt nicht mehr. Egal. Nein, aber ich finde es so schön hier mit dem LKW. Und jetzt mit so einem schönen LKW hier. Wie Mercedes. Und mit meiner kleinen Süße. Ja. Ja, bleib stehen. Was nicht denken, du hast auch Mercedes stehen. Ja. Ich bin jetzt nicht mehr. So, jetzt sind wir wieder auf der Autobahn. So, schon wieder. Irgendwie ist ein Fehler. Hui. Was ist denn jetzt hier los? Warum spinnst du jetzt? Keine Ahnung. Okay, dann fahren wir weiter und jetzt fahren wir nach bald Belgien rein. Und dann ab nach Frankreich. Das wird eine sehr, sehr lange Fahrt. Das weiß ich jetzt schon. Oh ja, das wird eine sehr, sehr lange Fahrt. Oh, die Brücke, die sieht so toll aus. Warte mal, ich geh mal kurz mal raus. Ja, toll. Wow. Wow. Oh, sieht das toll aus hier. Wow. Einfach schick sieht das. Ja, was stimmt da nicht? Ich weiß nicht, was. Bestimmt muss ich wieder bei einem... Oh. Wie heißt das nochmal? Was erneuert. Hatten wir schon mal gehabt. So, was hatten wir schon mal gehabt. Genau. Mit die Lampen, wo die Lichter neu erkommen werden. Habe ich immer so was Rotes gehabt. Aber wirklich knallrot ist. Mal gucken, wie ich jetzt mal schlafen muss. Ja, ich muss ruf. Okay. Gut. Musik tanken. Ich guck mal in die Mama nach. Ja, ich mach das lieber mal. Ist besser. Oh. Ganz schön teuer. 450 Euro. Oh. Gut. Wir machen mal eine kleine Pause. Gut. 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 Haben wir ja Glück gehabt. Wir haben... ...noch hell wieder. Gut. Und jetzt sind wir jetzt ausgeschlafen. Und jetzt kann man weiterfahren. Und wie findet ihr das mit dem scheiß Virus? Äh, das ist so schlimm. Ich weiß nicht, was da noch was los ist. Das Virus nervt. So, wir dürfen hier 90 fahren. Das mache ich auch. Das ist das schönste. Bei diesen LKW kann ich 90 fahren, die... Ich schätze mal die... Ich schätze mal die hier in... 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 Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Wir müssen bald Belgien durch und dann kommt Frankreich. Zwischendurch muss ich irgendwann mal Pause machen. Oh, die Sandblumen sind so toll aus. Oh, jetzt sieht das toll aus. Ja, medizinische Sachen fahre ich. Oh, der Wind rauscht ganz schön laut hier in der Fahrradkabine. Und ich muss ja gleich arbeiten. Auch wieder mal. Also wieder. Da sind wir wieder. Ja. No, da sind wir noch. Genau, da ist der RKW. Irgendwann stimmt die RKWs nicht. Oh, das ist ein bisschen Spaß. Ich glaube, ich könnte eigentlich nur noch viel Spaß haben. Oh je, beinahe. Oh, ist der laut. Aber ihr würdet nicht mehr hören, damit ihr den Tod schön einstellen könnt. Aber der Wind ist auch ganz schön laut. Upsala, Entschuldigung. Habt ihr hiermit abgedrängt? Oh, wartet laut. So wenig wie möglich Unfälle bauen. So, geben wir wieder Gas. Ja, Kollege. Machen wir jetzt Elefantenrennen? Juhu, Elefantenrennen, ja. Ja, wir machen Elefantenrennen. Juhu. Wer wird schneller sein? Wir halten den ganzen Verkehr auf, Kollege. Wer schneller, du oder ich? So, hallo Frankreich. So, hallo Frankreich. Ach komm, ich gebe auf. Ja, dann geh mal langsam hier rüber. Du hältst den ganzen Verkehr auf, Kollege. Ja, tut mir leid, ihr lieben Autofahrer. Der will ja nicht rüber. Ja, super. Ja, super. Egal. Egal. Wäre am liebsten gewesen. Gut. Nächste Ratsstelle ist meine. Gut. Weiter geht's. Weiter geht's. Was ist die Niela Oß? Hallo, warum fährst du nicht schneller, Kollege, vor mir? Ey, was ist denn hier los jetzt? So, okay. Gut, ja, geht es leider nicht. Gut, da war ein Anfall, ich muss leider geradeaus weiterfahren. Gut, das sieht sicher nicht so gut an. Gut, das sieht sicher nicht so gut an. Franzosen sind am Schildland, will ich mal sagen. Oh ja, tut mir leid, ich bin es ja nicht diesmal. Okay, da ist ein Parkplatz und da muss ich langsam ruf. Oder? Nein, noch nicht, das ist kein richter Parkplatz. Gut, ich habe jetzt Pech gehabt. Gut, meine Maschinchen aus. Und wir sagen erst mal hier, bis zum nächsten Mal. Euer Nessi zockt. See ya. Tschüss.